Musik Ich bin Akala. Ja, wir haben vor einigen Jahren, diese Zeitspanne ergibt sich aus der sehr großen Entfernung unserer Sonnensysteme, einen Hilferuf ihres Planeten empfangen. Wir haben keinen Funkkontakt bekommen, um Konkretes festzustellen. Aber hier sind wir. Was für Hilfe brauchen Sie? Die Aufseher der Thema durfte ich nicht sehen. Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid. Wer seid ihr? Woher wisst ihr, dass wir gelandet sind? Musik Musik Haben Sie wirklich keine Luftaufnahmen gemacht? Sie haben fünf Sekunden Zeit für Ihre Antwort. Wer hat Succo zuletzt gesehen? Bitte nehmen Sie Platz. Musik Haben Sie keine Angst. Sie ist sehr giftig, aber sie gehorcht aufs Wort. Musik Müh, kannst du mich hören? Ja! Pass gut auf und überlege dir jede Antwort genau. Warum hat Akala über Hasse den Rückstab befohlen? Bist du damit einverstanden? Sind wirklich alle damit einverstanden? Im Staub der Sterne. Ein neuer DEFA-Film der Gruppe Futurum. Ein Hilferuf hat sechs Kosmonauten auf einen fremden Planeten gebracht. Aber ihre Hilfe ist unerwünscht. Warum? Hat man Angst vor ihnen? Oder gibt es auf diesem Planeten ein Geheimnis? Sechs Kosmonauten in einer dramatischen Bewährungssituation. Werden sie bleiben und sich ihrer menschlichen Verantwortung stellen? Oder werden sie abfliegen, zurück in ihre eigene heile Welt? Musik 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 Musik